Was ist die Grundeinkommensdiskussion? Oder Argumente, die geradezu in die Irre führen zum Beispiel. Da gibt es ein paar. Und am Ende soll das natürlich vielleicht eine Hilfestellung sein, wie man die Grundeinkommensdiskussion, die manchmal dazu tendiert, etwas abzuheben, auch mehr erden kann. Gerade auch, um dem Vorwurf zu begegnen, dass das ja so etwas wahnsinnig weit Entferntes sei und da brauchen wir noch Jahrhunderte, haben manche schon gesagt, mindestens Jahrzehnte. Dem muss man natürlich etwas entgegensetzen. Da werde ich am Ende auch darauf eingehen. Ich habe das in zehn Thesen gefasst, zu denen ich jeweils etwas sage. Das sind so ein paar Aspekte, die ich mir herausgegriffen habe. Man hätte sicher noch andere benennen können. Aber solche, die häufiger kommen und für die man vielleicht auch gewappnet sein muss. Es ist ja nicht immer so leicht, aus dem Stand gute Antworten zu geben. Das weiß jeder, der in Diskussionen häufiger schon verstrickt war. Man trifft das nicht immer. Also ist das ein Versuch, ein paar Punkte zu benennen, die man vielleicht draufhaben können sollte. Das wäre hilfreich für die Diskussion, in meiner Einschätzung nach. Ganz oben steht das berühmteste und berüchtigste Argument für das Grundeinkommen. Das ist kein neues, aber in jüngerer Zeit hat das vor allem der Richard David Brecht sehr stark gemacht. Aber das spielte auch in der Diskussion in den 70er Jahren, 80er Jahren schon eine Rolle. Man kann das bis ins 19. Jahrhundert zurückverfolgen. Immer dann, wenn Maschinen entwickelt wurden, war die Frage, was passiert jetzt mit denen, die durch die Maschinen substituiert werden. Das ist also eigentlich eine ganz alte Diskussion. Und das Interessante daran ist, dass auf der einen Seite man natürlich nicht sagen kann, es habe sich nichts verändert, weil das lässt sich historisch ja ganz schön zeigen. Man auf der anderen Seite aber auch nicht genau sagen kann, in welche Richtung es sich verändern wird. Gerade was die Frage um den Arbeitsmarkt betrifft. Also Brecht macht das ja zum Beispiel so oder manch anderer, dass, wie in den meisten Büchern, glaube ich, der geschrieben hat, dass erst mal so eine Art Untergangsszenario entworfen wird. Das, was droht. Und dann ist ja die Frage, was machen wir denn jetzt? Und dann kommt er mit dem Grundeinkommen. Das hat er auch vor seinem Buch schon gemacht. Und das machen ja andere auch. Und das halte ich für gefährlich aus zweierlei Gründen. Das eine ist, dass man nichts Genaues sagen kann darüber, welche Auswirkungen das wirklich auf den Arbeitsmarkt hat. Weil das eine ist ja die Substitution von Arbeitskräften. Das ist ja nur ein Aspekt. Selbst den kann man nicht genau einschätzen. Und das zweite ist, dass natürlich die Arbeitsmarktentwicklung nicht alleine damit zu tun hat, sondern auch mit der demografischen Entwicklung. Also wie viele Personen verlassen den Arbeitsmarkt, wie viele treten ein. Und das ist Ihnen sicher bekannt, dass wir ja eine verschobene Alterspyramide haben und stärker haben werden absehbar, sodass also man gerade sagen könnte, aus dem Grund braucht man erst recht kein Grundeinkommen, weil womöglich der Zustand eintritt, dass die Macht auf der Seite der Arbeitnehmer viel stärker wirken wird, weil die Nachfrage so groß ist. Aber auch das weiß man nicht. Also Ulrike Herrmann hat das zum Beispiel mal vor ein paar Jahren stark gemacht, die Journalistin bei der Taz, und hat dann argumentiert, so wie sich der Arbeitsmarkt nach Modellsimulation entwickelt, braucht man eben gar kein Grundeinkommen. Die Arbeitnehmer hätten Kraft genug und Macht genug, um zu verhandeln. Wenn das so ist, und man weiß das nicht genau, aber wenn es so sein könnte, dann sollte man daraus kein Argument für das Grundeinkommen machen, weil dann auch daraus folgen würde, wenn das alles nicht eintritt. Ja, dann brauchen wir es ja nicht. Dann schaffen wir es wieder ab. Und das wäre auch ganz konsequent. Wenn es so eine Art Reparaturmaßnahme gegen eine Arbeitsmarktentwicklung ist, eine negative, unerwünschte, dann muss man in dem Moment das Grundeinkommen wieder aufheben, wenn sich der unerwünschte Effekt erledigt hat. Das Interessante ist jetzt in der Diskussion, gibt es natürlich ja auch Wirtschaftshistoriker und Volkswirte, die dann immer dagegenhalten und sagen, also dieses drohende Szenario, was uns bevorstehe, das sei ja historisch überhaupt nicht gedeckt. Man müsse ja nur schauen, was passiert ist seit der Industriellen Revolution. Also dazu gehört zum Beispiel der Jens Südekum an der Uni in Düsseldorf. Der hatte auch mal vor, ich glaube im November war das, ein Streitgespräch mit Brecht in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Ein ziemlich langes Gespräch, das steht glaube ich sogar online. Da ging es genauso hin und her. Und das Interessante an Südekums Einwänden ist, dass auf der einen Seite man ihm eigentlich Recht geben muss, man weiß das eben nicht. Auf der anderen Seite muss man ihn aber auch kritisieren, weil er davon ausgeht, ja es komme nicht so schlimm. Aber woher weiß er denn das? Das kann er auch nicht wissen. Und als Wissenschaftler müsste er strengerweise sagen, darüber kann ich eigentlich gar nichts sagen, weil die Wissenschaft immer mit Daten aus der Vergangenheit arbeitet. Von morgen gibt es keine. Also sage ich dazu besser nicht. Wenn es jetzt, könnte man das Szenario dagegenhalten, aber doch so kommt. Jetzt haben die doch recht mit ihrer Befürchtung. Dann könnte man argumentieren, gut, dass wir ein Grundeinkommen eingeführt haben, weil auch dafür stellt es etwas bereit. Wenn es nicht so kommt, macht auch nichts. Das Grundeinkommen erklärt sich eigentlich aus anderen Zusammenhängen. Man muss das gar nicht über diesen Punkt herleiten. Also würde, wenn man sich hierauf stützt, auf den ersten, finde ich, schwächt man eigentlich die Grundeinkommensdiskussion. Gehen wir zum Zweiten. Das ist eigentlich auch ein fester Bestandteil, auch international in der Debatte. Und das liegt ja irgendwie auch nahe. Also zumindest in unserem Kulturkreis und allen liberal-westlich gestalteten Demokratien ist die Bezugnahme auf die Menschenrechte ganz wesentlich. Es gibt ja nicht umsonst auch die allgemeine Erklärung der Menschenrechte von der UNO. Also erscheint das doch erstmal unstrittig. Aber die Menschenrechte sind ein Abstraktum. Und sie sind entstanden vor dem Hintergrund sehr spezifischer Erfahrungen. Nämlich in einem ganz bestimmten Kulturraum. Wenn sie mit jemandem aus Japan diskutieren, über Menschenwürde, dann müssen sie als erstes mal die Frage beantworten, was das genau sei, weil es das dort in der Form nicht gibt. Und dann sehen sie schon, wie eigentlich etwas, was einen Universalanspruch hat, aus unserer Sicht, also eigentlich gar nicht kritisieren können, doch sehr kulturgebunden ist. Und das Zweite ist, die Menschenrechte sind ja im strengen Sinne auch gar nicht einklagbar, solange es nicht eine Gemeinschaft gibt, die sich auf sie verpflichtet. Also in China können sie gar nichts machen mit den Menschenrechten. Solange die Chinesen nicht sagen, wir binden uns an die Menschenrechte und gestalten die politisch. Genau das können sie aber im Grundgesetz lesen. Das Grundgesetz verpflichtet sich auf die Geltung der Menschenrechte und gestaltet dann aus, welche Rechte gelten sollen. Und dann natürlich staatlich geschützt werden müssen. Es ist also eigentlich besser, wenn man sich hier gleich auf einen ganz konkreten Zusammenhang bezieht. In allen Demokratien ist das ganz einfach. Im Grundgesetz sind es die Grundrechte, wo genau niedergelegt ist, welche Stellung die Bürger haben im Gemeinwesen. Und dann können sie ganz leicht von der Seite für ein Grundeinkommen argumentieren und brauchen diese abstrakte Bezugnahme gar nicht, wie viele andere Probleme noch mit sich brächte. Warum ist das aber so verbreitet in der Diskussion? Ja, also meine Vermutung ist, mal jenseits zu philosophischer Debatten, dass man irgendeinen Hebel sucht, wie kann man denn jetzt, weil es ja so starke Widerstände gegen das Grundeinkommen gibt, etwas finden, was unstrittig ist, worauf man sich in jedem Fall berufen kann, wenn man das einführen will. Und da bieten sich die Menschenrechte an. Aber sie sind abstrakt. Und sie haben noch ein anderes Problem. Artikel 23, auf den wird dann ja häufig nicht Bezug genommen von Grundeinkommensbefürwortern, indem es um ein Recht auf Arbeit geht. Wie bringen Sie denn das zusammen? Weil das eine soll ja sich gerade gegen die starke Stellung von Erwerbstätigkeit richten, die relativieren, ohne sie auszuboten. Das Recht auf Arbeit aber ist nicht eine Arbeit, die wir jetzt heute häufig als Unbezahlte bezeichnen. Die ist gerade nicht gemeint in der Menschenrechtserklärung. Es wird auch sehr klar gesagt, es geht immer um Einkommensbildung, über Berufe. Was will man denn jetzt von den Menschenrechten? Welchen Teil? Diesen Unverfügbaren, bezogen auf die Menschenwürde, oder den anderen? Also es ist auch ein Widerspruch, in dem man sich dann schnell begibt. Besser, konkreter ansetzen, 70 Jahre Grundgesetz, Grundgesetz, die Verfasstheit der Europäischen Union, alles Demokratien, die sich mehr oder weniger stark an dem liberal-westlichen Modell orientieren, kann man ganz klare Bezugnahmen herausstellen, ohne sich in so eine abstrakte Welt zu bewegen. Das Dritte ist auch sehr verbreitet. Das trifft man eher in so einer, sagen wir mal, linksliberalen Tradition, also Attac beispielsweise, die AG Genug für Alle, wo ja Herr Werner Rätsker stark aktiv ist, arbeitet mit dem Argument. Man hört das immer wieder mal, auch bei Diskussionsveranstaltungen, aber wir müssen doch, wir können doch nicht ohne die EU, und nur dann können wir uns doch absichern. Wir sind ja nicht auf einer Insel und so weiter und so fort. Das mit der Insel ist natürlich richtig. Nur, wenn Sie sich die EU anschauen, die EU hat keine harmonisierte Sozialpolitik. Das machen die Nationalstaaten für sich. Da müsste man erst mal von wegkommen, bevor man dann sagen kann, das Grundeinkommen, über das wir diskutieren hier in Deutschland, was ja andere Ziele hat, als es vielleicht in Rumänien haben würde, also auch was die Kaufkraft betrifft, ist dann doch besser zu verorten, erst mal in einer nationalen Debatte, was ja gar nicht daran hindern muss, das Thema auf EU-Ebene natürlich einzubringen. Das widerspricht sich gar nicht. Auch global zu diskutieren, ist überhaupt kein Problem. Nur, die Einführung muss konkret geschehen von einem Gesetzgeber. Und das sind immer ganz historisch gewachsene Gemeinschaften mit bestimmten Wertbindungen. Und da ist das Naheliegendste zu sagen, also, wenn man das wirklich will, muss man eigentlich erst mal national vorangehen. Die anderen zielen ja auch vielleicht nach. Kann man auch nicht ausschließen. Und das andere, das kann ja dann kommen, das hat man aber nicht in der Hand. Wenn Sie das umdrehen und sagen, das macht Attac zum Beispiel manchmal, also es ist eigentlich nicht zu halten, dass wir das einführen, auf Kosten der anderen, wir müssen es erst für die anderen einführen, dann ist das ja so eine Art Selbstbehinderung. Also das ist wie eine Selbstbestrafung. Wir dürfen das noch nicht haben, weil die anderen haben es noch nicht. Aber wir wissen ja gar nicht, ob es die anderen wollen. Wir können doch nicht davon ausgehen, dass das einfach alle wollen, weil das eine charmante Idee mit vielen interessanten Facetten ist, die ganz viele Lösungsansätze bietet, alleine durch die Bedingungslosigkeit des Grundeinkommens. Also hier muss man eben auch vorsichtig sein. Ist das jetzt eine Art Resignation vor den übergeordneten Ebenen? Würde ich nicht sagen. Weil die Diskussion über das Grundeinkommen haben wir ja nicht nur in Deutschland. Vielleicht ist sie hier öffentlich besonders präsent. Aber die Probleme, die Anlass waren, darüber zu diskutieren, die gibt es ja in anderen europäischen Ländern genauso. Allerdings ein starkes Gefälle zwischen West und Ost. Wenn jetzt ein Land, bevor es das überhaupt einführt, die Diskussion eröffnet und es ganz konkret um Gestaltungsvorschläge geht, dann kann man sicher sein, dass die anderen Länder beobachten werden, was passiert. Das ist immer so. Wenn wir über die Energiewende diskutieren, was machen wir? Ja, das bleibt doch nicht unbeobachtet von den anderen, die sich fragen, welche Wege kann man gehen? Und genau darauf könnte man beim Grundeinkommen eigentlich auch setzen, dass es so eine Art Zug-Effekt entfalten kann. Aber man hat es nicht in der Hand. Vielleicht auch nicht. Vielleicht sagen zum Beispiel die allen anderen, ja, die Deutschen spinnen. Die sind eben ein Dichter- und Denkervolk und immer groß im Ideen entwickeln, aber auf so etwas lassen wir uns nicht ein. Ja, kann ja sein. Aber das müsste uns ja eigentlich nicht stören. Vielfalt. Also insofern keine Selbstbehinderung durch eine Stoßrichtung in der Diskussion, die im Grunde heute angesichts der großen Interessendivergenzen der Welt so was von weit entfernt ist. Schon auf EU-Ebene ist, also von wegen einheitliche, harmonisierte, das ist ja so weit weg, in vielerlei Hinsicht. Man würde sich selbst ein Bein stellen, in meinen Augen. Ja, der vierte Punkt, der spielt auch eine recht große Rolle, spielte er auch schon vor 15 Jahren. Der hat natürlich was für sich, aber man muss es differenzieren, weil man sonst eigentlich den Kritikern in die Hände arbeiten würde. Ein solches Grundeinkommen kann Armut verhindern, dort, wo Armut eigentlich nur bedeutet, Einkommensmangel. Also typischerweise Alleinerziehende. Größte Gruppe von der Armutsbedrohung her. Wenn es nur um fehlendes Einkommen geht, das das Grundeinkommen dann bereitstellen würde. Es sieht dann schon anders aus, wenn es nicht nur fehlendes Einkommen ist, sondern vielleicht auch Bürden und Beschwernisse, die jemand mit sich herumträgt aufgrund seiner Lebensgeschichte, an denen ein Grundeinkommen als solches noch nichts ändern würde. Auch die Einkommenssicherheit nicht. Ein indirekter Effekt könnte aber sein, dafür spricht einiges, das Grundeinkommen als etwas, das ja alle bekommen, das nicht mehr nach Bedürftigkeit geht, unterscheidet eben nicht mehr in die, die es bekommen und die, die es nicht bekommen. Und damit hebt es einen Stigmatisierungseffekt auf, der heute praktisch in den Sozialstaat eingebaut ist, aufgrund seiner normativen Ausrichtung. Und das macht natürlich mit allen etwas. Weil, wenn die Gemeinschaft ein sicheres Einkommen bereitstellt, dann sendet sie ja auch ein Signal an jeden. Der soll nicht in eine bestimmte Richtung laufen mit seinem Leben, das macht ja die Sozialpolitik heute sehr stark, also Arbeitsmarkt, sondern letztlich, der soll sich um sich kümmern und die Frage, wie er etwas beitragen kann. Und das um sich kümmern, kann ja in so einem Fall auch heißen, sich Hilfe zu besorgen. Sich einer solchen Hilfe auch auszusetzen, weil der Staat nicht mehr einen wohin schieben will. Es mag dann leichter sein, Therapienanspruch zu nehmen, wenn man nicht mit dem Rücken an der Wand steht. Auch das kann man jetzt nicht, also es ist nicht ein Wünsch dir warst, das wird ganz sicher eintreten, aber die Chancen und die Möglichkeiten sind andere. Und das darf man auch sozialpolitisch nicht unterschätzen. Auf die Sozialarbeit würde sich das ziemlich weitreichend auswirken. Wenn also diejenigen, die heute mit Sozialarbeitern zu tun haben, weil sie zum einen Einkommen benötigen und zugleich noch Hilfe, das Einkommen von denen nicht mehr bekommen würden und die auch gar keinen Einfluss mit darauf hätten, was das Grundeinkommen betrifft und der sich der Hilfe ganz offen stellen könnten und auch sagen, nee, diese Hilfe, die will ich nicht. Was heute riskant ist, weil dann immer die Frage ist, ob vielleicht das Einkommen damit in Gefahr gerät. Also hier muss man aufpassen, das hat was für sich, aber das darf man auch nicht überdehnen in der Diskussion, in meinen Augen. Ja, das, was man jetzt öfter hört in jüngster Zeit, hier seit vielleicht letzten zwei Jahren, seitdem Mark Zuckerberg und Elon Musk und andere sich zu irgendeiner Form von Grundeinkommen geäußert haben, man weiß ja gar nicht so genau häufig, was die eigentlich da sich vorstellen. Da fällt das Wort Basic Income und es gibt einen Medienwirbel und Wahnsinn, Elon Musk ist jetzt auch auf unserer Seite. Ich wäre vorsichtig, man weiß das nicht. Aber interessant ist es, ein Reflex, den es gibt in der Diskussion, den gibt es gegenüber Unternehmern besonders stark, auch gegenüber anderen Gruppen, aber hier fällt das auf. Wenn ein Unternehmer das sagt, das war schon bei Götz Werner früher so, Moment, also ein Unternehmer, da ist doch irgendwas, da steckt was dahinter. Obacht, da kommt was unter falscher Flagge gesegelt. Das ist natürlich erstmal eine Unterstellung. Zum einen kann man ja schauen, wie argumentieren die denn für ein Grundeinkommen? Und daran kann man ja sehen, worauf das hinauslaufen würde, egal wer das vertritt. Das Argument müsste letztlich für jeden Gewerkschafter gelten, für jeden Arbeitgeber, Verbandsvertreter, für jeden, Bündnis Grundeinkommen, einseitig natürlich, weil ja für Grundeinkommen, für jeden, der irgendwie sich mit einer Idee verbindet. Es wird aber ganz besonders gegen Unternehmer gerichtet. Und Herr Werner hat ja zum Beispiel Sachen gesagt, die hört man von Unternehmern sonst eigentlich nicht. Also so etwas wie die Wirtschaft hat die Aufgabe, die Menschen von der Arbeit zu befreien, da sind ja viele vom Stuhl gefallen fast. Unternehmer. Also hier muss man auch für Entideologisierung plädieren. Weil wenn die das sagen, okay, gucken, was verbinden die denn damit? Und da gibt es solche, die wollen das vielleicht nutzen, um den Sozialstaat einfach zu erledigen. Ja, das gibt es. Und andere, die gar nicht so weit gehen wollen, aber vielleicht noch überhaupt keine genaue Vorstellung davon haben, was das sein soll. Also der häufig zitierte Bernd Leukert von der SAP, der hat einmal das Wort Grundeinkommen fallen lassen in irgendeinem Interview, ich glaube in der FAZ. Und damit war der ein Befürworter. Der hat ja nie wieder irgendwas gesagt. Also nicht meines Wissens. Man weiß eigentlich gar nicht, was er damit verbunden hat. Oder Joe Kayser wird ja immer angeführt. Der sei ja auch dafür, das stimmt ja aber gar nicht. Das hat das Press Office von Siemens wenige Wochen nach der Äußerung schon wieder rufen, das hat aber irgendwie keiner mitbekommen. Der ist nicht dafür. Es sei denn, er hätte es in jüngerer Zeit gesagt, ist mir aber nicht bekannt. Also hier, Entideologisierung ist ganz wichtig. Das ist natürlich für die Diskussion wichtig, aber das ist auch für Gespräche wichtig, die man führt. Weil man kann ja nicht offen mit jemandem sprechen, wenn man sofort erstmal guckt, in welche Schublade gehört der. Die Grundeinkommensdiskussion zeigt doch eher, dass man ganz überraschende Erfahrungen macht und dort, wo man vielleicht Widerstand erwartet hat, gar keiner kommt und man erstmal sich selbst sortieren muss, warum man dann gemeint hat, da könnte Widerstand kommen. Und dieses Lagerübergreifende, der Idee, also dass es sich nicht verorten lässt in bestimmten Denktraditionen, das ist doch als solches interessant und bietet viele Möglichkeiten. Was haben wir noch? Sechs. Das ist ein Zugeständnis an die deutschen Ingenieurstraditionen, kann man sagen. Die hat ja viel hervorgebracht und die hat auch ihr gutes Recht und ist wichtig. Aber in politischen Dingen, da liegt sie manchmal auf der falschen Spur. Es gibt manche, die sich vielleicht mit Finanzierungsmodellen beschäftigt haben, die werden das kennen. Es gibt ein paar Leute, die kennen sich da enorm gut aus, sind mathematisch beschlagen und gebildet, die rechnen das durch und wenn sie dann mal fragen, ob sie das mal erklären könnten, also wie sie jetzt auf die Schlussfolgerungen kommen, dann wird es auf einmal ganz schwierig, weil so ganz viele Annahmen in den Berechnungen stecken. Die sind häufig überhaupt nicht ausgewiesen, die Annahmen. Die muss man aber verstehen, um die Schlussfolgerungen einschätzen zu können. Und die sind es dann auch, die nicht selten erklären, ja, dieses ganze Gerede, jetzt haben wir schon wieder eine Diskussion über Grundeinkommen, beim Bündnis Grundeinkommen, vor der Europawahl, dieses viel heiße Luft, reden, reden, reden. Ja, man muss doch einfach machen, das Grundgesetz sagt doch, das Parlament ist bla bla, ist die Urkritik an der Demokratie. Eine Schwarzbude. Ja, aber die Diskussion ist ja zugleich die Frage, danach zu klären, was wollen wir denn genau und wie soll das denn gestaltet werden? Und da können Sie nicht einfach über die Leute hinweggehen, sondern man muss sie ja mitziehen. Wenn das nicht gelingt, dann erreichen Sie mit dem bestdurchgerechnetsten Vorschlag überhaupt nichts. Also ist eigentlich das Reden ganz wichtig. Und die Berechnungen werden total überschätzt. Also wenn ich da eine Anekdote aus meiner Erfahrung erzählen kann, als wir 2003, 2004 angefangen haben, uns dafür öffentlich einzusetzen, also hier mit wir meine ich die Initiative, da haben wir am Anfang den Herrn Pelzer kennengelernt, der ist ja vor wenigen Jahren verstorben. Der hatte schon sehr früh das Ulmer Bürgergeldmodell entwickelt. Das hieß dann Transfergrenzenmodell, da wurden Dinge dran geändert, da hatte Frau Fischer einen großen Einfluss drauf. Und weil wir immer wieder gefragt wurden, ja hier, das muss man ja bezahlen, da dachten wir, okay, wir haben ja so ein Modell da. Aber das Pelzer-Modell ist ein Modell, das abstrahiert von den konkreten Verhältnissen. Das kann man auf die EU anwenden, auf jedes einzelne Land, weil es mit abstrakten Parametern arbeitet. So, dann haben wir also gedacht, gut, wir machen eins, wir stellen das gleich mal kurz vor, das ist natürlich auch total naiv, so ein Berechnungsmodell kurz vorzustellen, weil das ja ziemlich kompliziert ist in der Durchführung. Auch wieder wegen der Annahmen. Ja, und es hat überhaupt nichts geändert in der Diskussion. Diejenigen, die das dann gefordert haben, dass man ein Berechnungsmodell vorlegt, damit es mal hier, Realpolitik, die haben dann gesagt, das glaube ich nicht. Ja, ja gut. Also, was wollen Sie da machen? Wir haben daraus den Schluss gezogen, man muss sich mit der Finanzierungsfrage in einer grundsätzlichen Form beschäftigen. Man muss klar machen, dass nicht die Berechnungen am Anfang stehen für diese Problematik, sondern die Zusammenhänge, wie denn Leistung überhaupt entsteht. Woher kommt das denn, dass sich Leute einbringen wollen? Was hat das für kulturelle Voraussetzungen? Dass man das erstmal thematisiert und dann kann man ja sich Daten vom Statistischen Bundesamt nehmen, zum Beispiel das BIP oder das Volkseinkommen und zeigen, ja, es ist immer eine Teilungsfrage. Das ist ja mit der Sozialhilfe so, mit jeder Transferleistung die Frage zu stellen, welchen Teil aus dem Kuchen nimmt man dafür? Und wie greift man ihn ab? Mit welcher Art von Steuer? Das ist die Grundfrage, seitdem es eigentlich Staaten gibt und Steuern und solche Leistungen. Und beim Grundeinkommen ist das überhaupt nicht anders. Das ist die grundsätzliche Frage. Und dann sind die Spezialisten gefragt, das mal durchzugehen, mathematisch, um so eine Orientierung zu haben. Wobei, da ist jemand wie der Herr Rettel zum Beispiel sehr klar, der sagt, nee, nach vorne rechnen kann man gar nicht. Da ist ja Ihr Wissenschaftler. Ja, wir haben statistische Daten von gestern. So, wir können über gestern reden. Was morgen ist, wissen wir nicht. Weil die Daten entstehen durch Handeln. Das Handeln ist vielleicht aber morgen nicht dasselbe wie heute. Damit sind die Daten obsolet. Das weiß auch jeder gute Volkswirt, dass das so ist. Das ist ein ganz einfacher Zusammenhang. Aber in Diskussionen wird das häufig so als Killer verwendet. Ist ja auch schnell mal so eine Berechnung hinzuwerfen. Sie kennen die nicht. Ja, was sollen Sie dazu sagen? Also, ich halte diese technische Orientierung eher für ein Problem. Man übergeht eigentlich den Willensbildungsprozess und man muss andere gewinnen für die Idee, um Mehrheiten zu haben. Das ist ganz entscheidend. Und das Reden ist wichtig. Und das ist Reden mit allen. Vielleicht haben wir da heute ein Problem. Wir reden mit denen, die irgendwie auf unserer Seite stehen oder nah dran sind. Dann gibt es die Idioten, mit denen wir nichts zu tun haben. Da zählt ja dann auch die AfD dazu. Nein, grundsätzlich muss man eigentlich mit allen bereit sein, sich zu streiten. Das heißt ja nicht, dass man sagt, wir sind einer Meinung. Das ist ja was ganz anderes. Aber zu streiten, weil sie wissen nie, wo der Gegenüber steht. Das wissen sie nie. Und wenn man die Möglichkeiten ausreizen will, um Befürworter zu finden, dann muss man erstmal grundsätzlich offen sein. Das ist wie bei einer Schweizer Volksabstimmung. Wenn Sie Unterschriften sammeln, müssen Sie erst alle ansprechen, ob Sie nicht unterschreiben wollen. Da kann man interessante Erfahrungen machen mit. So, gehen wir mal zu sieben. Also, vielleicht kürze ich das ab. Es gibt ja ganz verschiedene Überlegungen, was zu dem Grundeinkommen vielleicht alles noch hinzukommen sollte, könnte, müsste. Und das birgt natürlich auch eine Gefahr. Also, es ist ganz klar, dass natürlich die Frage, wie Arbeitszeiten sich gestalten, relevant ist, praktisch. Das ist keine Frage. Arbeitszeitmodelle. Oder, wie relevant ist ein Mindestlohn noch, wenn ein Grundeinkommen eine ausreichende Höhe erreicht? Übernimmt er nicht die Funktion eigentlich eines Mindestlohnes? Würde man nicht dann, wenn man schon ein Grundeinkommen einführt und einen Mindestlohn letztlich wieder signalisieren, dass man die Arbeitnehmer besser absichert als die anderen, die nicht Arbeitnehmer sind? Und will man das eigentlich haben, ist eine eminent praktische Frage dann. Welches Signal sendet man? Die Frage mit der Nachhaltigkeit, ja ohne Zweifel, eine ganz wichtige Frage. Ja nur, stellt man die als solche oder hängt man die ans Grundeinkommen dran? Direkt. Je mehr man dran hängt, jetzt noch Geldsystem und die Zinsfrage und die Punkte, die dann häufig kommen, desto mehr überfrachtet man das natürlich. Also ich würde ja schon davon ausgehen, das Grundeinkommen hat auf viele dieser Aspekte Auswirkungen praktisch. Aber es löst die Probleme nicht direkt. Es löst vielleicht mehr, als wir ja heute sehen können, aber das wissen wir nicht genau. Also muss man dann eigentlich extra ansetzen. Deswegen wäre es für die Diskussion erstmal besser klarzumachen, wir reden jetzt hier über die Bedingungslosigkeit. Das ist ja eigentlich das Entscheidende. Die entscheidende Schwelle, die genommen werden muss, wenn man sowas einführen will. Und dann reden wir über die Frage, ja und wie soll es jetzt genau aussehen? Also welche Möglichkeiten soll es denn schaffen? Das hängt ja mit der Betragshöhe auch zusammen. Man kann ein niedriges Grundeinkommen ansetzen und man erreicht damit fast nichts. Es muss aber auch nicht die volle Höhe haben, um etwas zu bewirken. Also da gibt es eine Spanne, innerhalb derer sich das bewegt. Es ist auch die Frage, ist das dann der Endpunkt oder ist das nur so ein Übergangspunkt? Das muss natürlich klar sein. Und Gefahren lauern dann, wenn man das niedrig ansetzt und sagt, das reicht. Mehr wollen wir nicht. Ja, dann ist klar, in der Folge, was passiert. Dann kann man auf vieles nicht verzichten, was der heutige Sozialstaat bietet. Ja, Acht, das hört man zum Beispiel von Leuten wie Herrn Butterwege oft, aber auch von anderen. Das ist natürlich irgendwie banal, weil, ja, jede Idee kann man missbrauchen. Also, da ist ja keine Idee vorgefeiht. Das hängt von der praktischen Ausgestaltung ab. Was ist denn gewollt? Ja, wenn man wirklich den Sozialstaat erledigen will, was Herr Butterwege fürchtet, ja, dann wird er auch erledigt. Ist doch klar. Dagegen kann auch kein Grundeinkommensbefürworter was machen, wenn es dafür eine Mehrheit geben sollte. Aber deswegen darauf zu verzichten, Alternativen in die Waagschale zu werfen, das wäre so wie hier, ne, die Selbstbehinderung auf globaler Ebene nur einführen zu wollen. Weil jede Gestaltungsoption politisch birgt immer auch Risiken. Die Energiewende, es spielt keine Rolle, was man anführt. Das ist immer so. Entscheidend ist die Ausgestaltung. Und die kann man nicht abstrakt klären. Man kann natürlich wahnsinnig viele Modelle entwickeln, bis ins Detail friemeln. Da wären wir wieder hier oben bei sechs. Bei dem ingenieurealen Ansatz. Ja, aber weder wir entscheiden das, noch irgendein Ingenieur oder Philosoph, sondern die Willensbildung entscheidet darüber. Und dann ist es eher wichtig, gute Argumente zu haben über Zusammenhänge. Wenn man das macht, was folgt denn daraus? Wenn man das so macht, was folgt daraus? Will man das haben? Das ist ja die praktische Frage. Will man das haben? Will man es wagen? Wenn es nicht so läuft, wie man sich das wünscht, ja das ist ja im Leben immer so, dann muss man darauf antworten. Es gibt ja keine Garantie für nichts im Leben. Und das ist da ganz genau so. Das ist eigentlich das realistische Grundeinkommen. Deswegen ist es auch nicht so eine große Welt, die man entwerfen kann. Aber die Argumente sind wichtig. Weil Argumente sind ein Pfund in der Demokratie. Auch wenn sie nicht reichen. Aber sie sind ein wichtiges Pfund. Was haben wir noch? Die Frage mit den Auseinandersetzungen, das können wir aber auch in der Diskussion vielleicht thematisieren. Das war übrigens hier Artikel 23. Und das Risiko, aber ich wollte auf was anderes hinaus, weil man auch von Befürwortern manchmal sonderbare Dinge hört, wo man sich im Grunde fragt, wie kriegt man das jetzt überein, damit, dass jemand so deutlich für ein Grundeinkommen argumentiert. Also hier Inge Hannemann, zweifelsohne eine Befürworterin, also hat sich öfter dazu geäußert, sieht darin großes Potenzial, gerade vor dem Hintergrund ihrer Erfahrung als Mitarbeiterin einem Jobcenter. Aber wenn Sie das hier in der Mitte sehen, stellen wir uns vor, es käme morgen. Also ein Gedankenexperiment, das ist ja schon weltfremd. Ja, das kommt natürlich nicht morgen, das Grundeinkommen. Nichts kommt in der Demokratie morgen, weil die Wege sind ja langsam. Also ist es ein Szenario, das sowieso unrealistisch ist. Aber ein Szenario. Wir wären überfordert von dem Gewinn an Freiheit und so weiter. Ja, dann sind wir aber auch überfordert von der Demokratie, weil die Demokratie genau von uns verlangt, schauen Sie ins Grundgesetz rein, dass wir die Lebensentscheidung alleine treffen und keiner kommt und sagt, und wie geht es Ihnen damit? Wenn wir uns Rat suchen, schon, aber sonst erst mal wirft sie uns auf uns zurück. Also wenn man sowas sagt, müsste man eigentlich sagen, dann sind wir auch nicht reif für die Demokratie heute. Und das kriegt dann einen ganz bitteren Beigeschmack, weil man sich fragt, wie geht denn das jetzt zusammen eigentlich? Da ist sie aber nicht alleine. kürzlich von einer Veranstaltung, das ist jetzt nur zitiert nach einem Bericht, ich weiß nicht, ob das wörtlich so gesagt wurde. Ist ganz interessant, hier ein anderer Aspekt, also hier die Frau Amri Henkel findet auch das Grundeinkommen eine interessante Alternative, sieht da viele Möglichkeiten und dann hat sie aber einen Vorbehalt, das ist das Überfrachtungsargument, ja, wer entscheidet denn, wann diese Frage geklärt ist, die Geschlechterfrage? Woran macht man denn das fest? Es muss ja dann irgendwie ein Gremium geben oder irgendein Organ, in dem darüber befunden wird. Warum argumentiert man denn nicht andersrum und sagt, das Grundeinkommen macht doch etwas Wichtiges mit der Geschlechterfrage, weil es, wenn sie, das geht hier immer sehr viel um Carework, wenn sie in der Situation sind, dass sie sich um jemanden kümmern wollen, Kinder zum Beispiel haben als erstes, die Frauen dann eher bei den Kindern sind und die Männer erwerbstätig werden, ja, ist ja, dass einer erwerbstätig wird, ist ja auch irgendwie nicht zu vermeiden, wenn man nicht gerade vermögend ist, weil irgendwo das Einkommen herkommen muss. Dagegen können sie ja nicht mal was sagen. Wenn sie das umdrehen, ist es ja eigentlich kaum besser, dann bleibt eben der Mann zu Hause, die Frau geht, ja, ist nur eine Verkehrung derselben Modells letztlich, ne. Wenn aber sie ein Grundeinkommen haben in einer Höhe, in der eine Familie davon leben kann, dann stellt sich ja die Frage nicht mehr mit dem Einkommenserwerb in dem Moment. Das verändert alles. Das zieht auch die Legitimation dafür weg, zu sagen, hier, ich muss ja, aber einer muss ja, ne. Ja, eben nicht. Eben nicht. Und mir scheint, dass manche Feministin nicht die Reichweite sieht, die das hat. Und dass sie mit dem Grundeinkommen ein anderes Rechtfertigungsfundament einziehen. Heute können sie doch immer sagen, ja, beim Bündnis, ich engagiere mich, es ist gerne beim Bündnis Grundeinkommen, aber ich muss erst mal Geld verdienen. Und da könnten sie ja nichts gegen sagen. Weil sie müssen sich das leisten können, hier ehrenamtlich sich zu engagieren. Also irgendwie haben sie Einkommen, direkt, indirekt oder wie auch immer. Wenn das wegfällt, können sie nicht mehr sagen, oh, ich muss erst mal, nee, also, vielleicht habe ich keine Lust. Ja, ist ja auch legitim. Aber der andere Grund fällt erst mal aus. Oder man sagt, nein, ich möchte mich auf meine berufliche Entwicklung konzentrieren. Auch legitim. Aber das kann nicht mehr als eine Ausrede für etwas dienen. Und das halte ich für ziemlich folgenreich, praktisch. Hier, das kennen ja manche vom letzten Sommer, hat für Wellen gesorgt. Da ist jetzt der Butterwege progressiv, überraschenderweise. Was aber sehr merkwürdig ist, weil Precht sagt ja auch treffende Sachen, was Grundeinkommen betrifft. Man kann ja nicht sagen, das ist einfach irgendwie alles Käse, sondern es gibt auch viele Aspekte, die benennt er, die sind richtig. Zum Beispiel der Einwand gegen diese Digitalisierungsentwicklung, das komme nicht so schlimm. Wir müssen nur auf Bildung setzen, das hört man ja ganz oft, das sagt der Südokump zum Beispiel auch, aber viele Politiker, der sagt Precht ganz realistisch, ja, aber nicht jeder ist für alles geeignet und sie können ihn auf alles umschulen. Und das ist unrealistisch. Und das weiß man auch schon heute. Frau von der Leyen wollte ja vor zehn Jahren mal aus arbeitslosen Erziehern machen, weil die haben ja nichts zu tun. Da sind aber stellenfrei. So als gehe das einfach. Das ist natürlich auch eine wirklich weltfremde Vorstellung. Aber was er hier sagt, das ist ja sowas von reaktionär. Was passt überhaupt nicht zu dem, was er sonst sagt. Also hier unten, das läuft ja darauf hinaus. Sie haben es genau erfasst. Es geht um die Finanzierungsfrage, ist der Vorläufer. Ich möchte nicht, dass jemand, der 15 Euro Grundeinkommen hat und keine Perspektive auf einen Beruf auf die Idee kommt, fünf Kinder zu kriegen. Wer entscheidet denn, wer keine Perspektive auf den Beruf hat? Das ist schlimmer als heute. Das gibt es nicht mal heute. Der Gesetzgeber hat mit dem Kinder-Jugend-Hilfe-Gesetz eine Eingriffsmöglichkeit geschaffen, wenn das Kindeswohl bedroht ist. Und das ist immer Ultima Ratio. Der Brecht geht weiter. Der unterstellt ja eigentlich schon, das sei ein Risiko. Und Alleinerziehende, wo stehen die denn mit einem Grundeinkommen, mit so einem Grundeinkommen? Der ist zwar mit den 15 Euro hoch, ja, aber wenn sie dann mit zwei Kindern leben, das hat er irgendwie nicht auf dem Schirm. Es gibt ein Interview ein bisschen später, da wird das ganz deutlich, da spricht er dann über die Familie und was das für die Familie bringt und so weiter. Die Alleinerziehenden fallen wieder hinten runter. Das sieht er irgendwie nicht, merkwürdig. Finde ich schon überraschend. Es hat eine Vorgeschichte, dieses Argument. Das muss zwei, drei Jahre zurückliegen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich habe das aber damals im Blog kommentiert, da hat er die Verbindung von Grundeinkommen einführen und Bildungssysteme umbauen gemacht. Man muss beides zusammen machen. Das ist jetzt wieder so wie hier Sex global oder Überfrachtung, weil sie unterstellen ja erstmal, die Leute seien heute gar nicht in der Lage, mit der Freiheit umzugehen. Das ist ja schon mal eine ziemlich starke These. Und selbst wenn man jetzt sagen würde, okay, das ist so, dann wäre die erste Konsequenz, auf keinen Fall ein Grundeinkommen einzuführen, sondern die Demokratie abzuschaffen, weil das zu gefährlich ist, wenn die Leute das nicht können. Dann ist das alles tünnev mit dem Grundeinkommen und mit den Bildungssystemen sowieso. Denn so schlecht sind die nicht im Vergleich zu anderen Ländern. Da kann man viel kritisieren, aber die führen nicht zu Unmündigkeit. Noch so ein Beispiel hier. Ich weiß nicht, wer ihn, Ralf Welter, der ist nicht so öffentlich aktiv mehr, war aber eine lange Zeit aktiv für die KAB in Aachen. Das ist auch ein Argument, das ist von ihm, die KAB vertritt das ja so nicht mehr. Das Modell, was er mal entworfen hat 2003, das ist wie bei Frau Hannemann eigentlich. Ganz ähnlich, ich würde das nie für morgen fordern. Wir brauchen eine Vorbereitungszeit. Ja, aber morgen kommt das sowieso nicht. Die Vorbereitungszeit liegt ja in dem, was wir jetzt machen. Dieses ständige Hin- und Herwälzen von Pro- und Kontra-Grundeinkommen, welche Facetten hat das, wo kann es eine Wirkung entfalten, wo ist es überfrachtet, das wird ja ständig gemacht bei Veranstaltungen. Und es gibt so viele Publikationen, man kann die gar nicht alle lesen, selbst Deutschsprachige, die sich immer wieder mit dieser Frage hin und her beschäftigen. Das ist im Grunde genommen ein Vorbehalt, wo man sich fragen muss, vielleicht glaubt er doch nicht so recht dran. Hier ein bisschen älteres Modell von 2006. Wolfgang Engler, der hat sich jetzt länger nicht mehr geäußert zum Grundeinkommen, war aber mal 2005, 2006 sehr präsent. Da hat er ein Buch geschrieben, Bürger ohne Arbeit. Und argumentiert ganz interessant und kurz darauf kam ein anderes. Unerhörte Freiheit hieß das, glaube ich. Das ist ein Interview in der Taz. Da macht er jetzt dasselbe, was eigentlich der Brecht macht, wenn er mit den Bildungssystemen kommt, eine Zusatzbedingung einführen. Wir leben zu sehr in der Konsumgesellschaft. Wenn wir jetzt das Grundeinkommen einführen würden, dann würde das alles nur verkonsumiert. konsumiert, also müssen wir eine Bildungspflicht einführen. Das wird, glaube ich, hier dann deutlich. Eine Bildungspflicht einführen. Und wer der nicht folgt, der kriegt kein Grundeinkommen. Ich meine, das klingt jetzt irgendwie so humanistisch, aber das ist auch wie bei Brecht, das geht ja hinter das zurück, was wir heute haben. Eine Bildungspflicht. Es gibt eine Schulpflicht. Aber eine Bildungspflicht gibt es in der Form nicht. Also auch so eine überraschende Wendung von jemandem, der sehr stark für das Grundeinkommen eingetreten ist anfangs. Also für die Erdung. Das ist jetzt, links sehen Sie die Konstruktion des heutigen Sozialstaats. Die meisten Leistungen sind alle mit Konditionen, also mit Bezugsbedingungen versehen. Und die gehen alle von einem Zentrum aus, diese Bedingungen. Arbeitslosengeld II, da ist es ganz stark. Aber in den anderen auch, hier unten. Die Sozialhilfe. Auch da gibt es eine Verpflichtung, aus dem Bezug herauszukommen. Das steht als Artikel 1. Oder BAföG ist immer zweckorientiert. Das Elterngeld ist eine Prämie für Erwerbstätige. Haben vor allem Besserverdiener etwas von. Bei der Rente ist sowieso klar, Arbeitslosengeld I, da gibt es auch Leistungsentzug. Darüber wird nicht so viel diskutiert. Auch da können Leistungen entzogen werden. Bei Nichtmitwirkung. Und rechts ist letztlich die politische Ordnung. Das da. Artikel 20. Eine unglaubliche Zumutung, die im Grundgesetz da ausgesprochen wird. Über die wir uns nach 70 Jahren Bundesrepublik Deutschland gar nicht genügend klar sind öffentlich. Es ist nicht genügend im öffentlichen Bewusstsein. Das ist unglaublich radikal. Weil sie können an der Mündigkeit nicht zweifeln, ohne das Ganze in Frage zu stellen. Und ein Politiker, der sich hinstellt und daran zweifelt, der hat eigentlich sofort ein Problem. Ich habe letzten November das mal erlebt mit einem Kollegen in einem Workshop. Also, das sind ja immer reflektierte Leute. Und dann ging es auch um die Mündigkeit. Das war so über Grundeinkommen ein Workshop. Und dann hat er allen Ernstes ja so angefangen mit dem Kopf zu wiegen. Ja, die Mündigkeit. Ob das da immer so weit her sei mit. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er das denn jetzt ernst meine. Weil das hätte ja Konsequenzen. Dann hat er mich nur so angeguckt. Dann hat er gemeint, ja, aber das ist ein Grundprinzip der politischen Ordnung. Und dann müsste man eigentlich diese Ordnung korrigieren. Ja, nein, also. Ja, aber das ist die Konsequenz daraus. Wenn schon, denn schon. Dann keine halben Sachen. Und das kann man nicht stark genug machen. Und das Interessante ist jetzt hier, dass natürlich diese anderen Punkte sich direkt davon ableiten. Alle Staatsgewalt geht vom Volker aus. Ja, das ist keine schöne philosophische Idee oder so. Das steht im Grundgesetz. Das ist ein Verfassungsgebot. Oder hier oben. Das da leitet sich direkt aus der Fürsorgepflicht ab. Musste erst noch festgestellt werden vom Bundesverfassungsgericht, ist aber eigentlich in der Ordnung begründet. Und das Interessante ist hier, das ist die Grundlage für den Grundfreibetrag und für die Leistung hier. Die haben nämlich alle letztlich mehr oder weniger den Zweck, das Existenzminimum zu sichern. Auf jeden Fall das oder darüber hinaus. Wenn man also für ein Grundeinkommen argumentiert und sucht Ansatzpunkte, da muss man überhaupt nicht weit gehen. Dann kann man sofort sagen, hier, jetzt müssen wir uns darüber streiten, welche Art von Existenzminimum, wie viel ist das? Was gehört da dazu? Also heute, Internetzugang, Computer, ja, nein, was noch? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann folgt hier raus, ja, dann können wir, wenn es das also gibt in Form eines ausgezahlten Grundeinkommensbetrages, dann brauchen Sie das ja so nicht mehr wie heute. Können Sie streichen. So hat ja Werner immer argumentiert. Weil sein Ansatzpunkt, der kam ja aus der Steuer, aus dem Nachdenken über die Steuerwirkung und ist so zum Grundeinkommen gelangt. Der kam nicht über Bürgerrechte. Und das hier alles steht dann auf einem anderen Fundament, nämlich auf dem. Auf einmal ist es nämlich so, dass links der Sozialstaat durch eine Leistung, die sich aus dem Gefüge ableitet, überhaupt erst auf dem Fundament steht, auf dem auch die politische Ordnung steht. Der hinkt nämlich heute eigentlich der hinterher. Im Grunde haben wir eine Art vormodern, vordemokratischen Sozialstaat. Das ist auch kein Wunder, wenn man überlegt, wann der entstanden ist. Der ist immer einfach ein bisschen erweitert worden, weitere Leistungen, ausgeweitet. Aber das Grundprinzip ist nicht verändert worden. Und das ist ein ganz einfacher Ansatzpunkt. Und jetzt müsste man erst mal nach Aspekten suchen, wo so ein Argument nicht greifen würde. Und man kann gespannt sein, was das Bundesverfassungsgericht zu den Sanktionen sagt, im Sozialgesetzbuch, weil die legen das natürlich auch nur aus. Und die können sagen, doch, doch, das ist vereinbar. Weil das Grundgesetz schließt das ja weder aus, noch gebietet es sowas wie ein Grundeinkommen. Es gibt aber keine Erwerbsobliegenheit im Grundgesetz. Also im Grundgesetz steht nichts davon, dass man Einkommen über Arbeiten erzielen muss. Das spricht alles für Grundeinkommen. Wir haben also im Grunde schon eine, so wie eine Hohlform durch die, durch die Verfassung, die jetzt eigentlich umgedeutet werden kann. Das Grundeinkommen ist also ganz nah dran. Wenn man das so betrachtet, ist das Grundeinkommen überhaupt nichts Spektakuläres eigentlich. Das Spektakuläre ist, die Vorurteile aufzulösen, die es gibt. Ja, also ich glaube, damit würde ich mal das belassen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank.